Ich habe da jetzt echt mal eine Frage und zwar, ich war ja gestern auf dieser großen Demonstration, weil ich eine Anzeige gelesen habe, dass Statisten gesucht werden, die dann auch dafür bezahlt werden. Daraufhin habe ich mich auch beworben. Dann haben sie mir gesagt, ich soll dann eben entsprechend am Jungfernstich sein und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Fahne mitbringe oder ein Plakat male oder ein Schild oder sowas, dann gibt es nochmal extra Geld und dann habe ich eine Karte bekommen und zwar hier so eine Karte und da haben sie das aufgeladen, das Geld und die meinten dann auch zu mir, wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch zu anderen Demonstrationen gehe, dann bekomme ich extra Geld dafür und dann habe ich noch eine App, musste ich mir runterladen, wo dann mein Standort eben übermittelt wird, dass ich auch wirklich da gewesen bin und dafür wird dann das Geld eben auf diese Karte hier überwiesen und jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr wisst, wo man das Geld überall einlösen kann. Also es wurde gesagt, man kann, weil hier sieht man ja auch oben dieses Symbol, man kann mit dieser Karte eben auch bezahlen. Das geht aber allerdings nicht überall und mich würde interessieren, ob ihr wisst, wo man mit dieser Karte hier überall bezahlen kann. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, weil ich so ein bisschen ratlos bin, wo ich das Geld jetzt einlösen kann. Ich danke euch!